Ich bleib zu Haus. Am 26. Mai. EU. Ah, was hat das mit mir zu tun? Wählen gehen. Am 26. Mai? Stimme abgeben? Wem? Ja. 26. Mai. Wähl für Europa, solange es dieses Europa noch gibt. 26. Mai. Die Zeit läuft ab. Ich geh lieber baden. Geht's wählen? 26. Mai. Mitentscheiden, nicht mutschgern. Lasst euch auf Wollkarten schieten. Schleunigst. Es ist unser Europa. Der 26. Mai. Gehen wir. Jetzt fällt mir nichts mehr ein.